Schließen Sie vor Beginn der Montage den Kaltwasserzulauf des Eckventils und legen Sie den mitgelieferten Flexschlauch sowie den Adapter bereit. Schrauben Sie den Kaltwasserzuleitungsschlauch vom Eckventil ab. Nehmen Sie Ihren Filter zur Hand und drehen Sie diesen in die richtige Wasserdurchflussrichtung, gekennzeichnet mit dem Pfeil und der Aufschrift IN. Bringen Sie den Gewindeadapter an das Filtergehäuse an. Schrauben Sie nun den Zuleitungsschlauch an den Adapter. Nehmen Sie den Flexschlauch und befestigen Sie diesen an der gegenüberliegenden Seite. Schrauben Sie den Flexschlauch am Eckventil fest. Öffnen Sie den Wasserzulauf und lassen Sie das Wasser eine Minute laufen. Prüfen Sie das Filtergehäuse und alle Komponenten auf Dichtigkeit. Der Alpfilter ist nun einsatzbereit.